hallo und ein herzliches willkommen zurück meine lieben freunde ja zur späten stunde für mich ich kam gerade noch von einer geschäftsparty quasi wo wir hatten und ja mit später stunde und das gewinnspiel von einem 1 von 5 bundles ist zu ende und wie ihr seht ich bin ganz alleine ja die niki alles gerade bei sich zu hause deswegen muss ich das hier alleine aufnehmen die auflösung alleine die gewinner mitteilen denn sie ist leider diese woche nicht da aber im nächsten wochenende bei den nächsten auflösungen beim nächsten geschwindspiel ist auch wieder dabei trotzdem auf beiden kanälen dieses video damit auch jeder weiß wer gewonnen hat und von daher ich denke mal wir fangen direkt an entschuldigt für mich dass ich ein bisschen kaputt wirke oder sonst was ja es war es war jetzt bis 24 uhr bis mit danach knapp war mit bei der party und deswegen vor kurzem heim gekommen und habe schnell hier die teilnehmer aufgeschrieben entschuldigt meine schrift ich jetzt darauf kriegen habe ich will einfach schnell das mir hinter mir bringen die gewinner ziehen und dann das video beenden also nichts langes werden es einfach für euch das video sein wer gewonnen hat ich denke mal ich ziehe jetzt einfach mal da was raus und gucken wer die bundles gewonnen hat denn wir sind heiß drauf die bundles endlich weg zu kriegen so wir schauen mal wer der erste kandidat ist für ein bundle so wir haben als aller 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 erstes es ist ls cut gamer ist der erste der ein bundle gewonnen hat herzlichen glückwünsch für das erste bundle wir ziehen grad direkt weiter das ist schnell schnell zack 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 hinter dem ja da heißt der sieger und der zweite sieger und der zweite ist der hutschi ist der zweite kandidat der ein bundle gewonnen hat herzlichen glückwünsch auch an dich so wir gucken wer der dritte im bunde ist schauen wir mal der dritte im bunde ich habe wieder ein zettelchen es ist simon let's play ist der dritte im bunde der ein wandel gewonnen hat danke auch an dich das total genauer und viel glück und viel spaß mit dem bundle die für die anderen natürlich auch wir haben ja noch zwei im bunde die gewinnen können so der vierte der gewonnen hat das ist lepilz lepilz hat auch ein bundel gewonnen herzlichen glückwunsch auch an dich und noch einmal haben wir übrig ich habe aber noch ja so der letzte der noch ein bundle gewonnen hat so ist es ist denn wer ist der letzte youtube live mit crime hat auch ein wandel gewonnen ihr fünf hatten waren herzlichen glückwünsch an euch und an die auch die teilgenommen haben die keinen wandel gewonnen haben macht nichts schade echt morgen kommt ein weiteres gewinnspiel da könnt ihr auch wieder mitmachen da gibt es auch wieder nette preise coole preise und habt da die chance wieder was zu gewinnen sondern schaut auch dann rein wenn später das gewinnspiel kommen oder morgen je nachdem wie es ist von der uhrzeit her wenn es jetzt wieder jetzt kommt ja seht ihr ja dann auf jeden fall macht da wieder mit und alle fünf die jetzt gewonnen habe ich hier sagt es auch mal wer gewonnen hat youtube live with a crime lepilz sie waren und let's play die hutschi und ls cardgamer ihr fünf herzlich glückwunsch noch mal dass ihr gewonnen habt dass ihr so ein cooles bundle kriegt schickt mir bitte eure adresse entweder in skype oder youtube als nachricht damit euch so schnell wie möglich das paket zu schicken kann weil dann denke ich mal wenn ich alles habe erst montag dienstag mittwoch je nachdem die kisten raushauen ihr werdet sie dann im laufe der woche haben so wird der plan sein und ja ich danke allen teilnehmern im namen von nikki und von mir dass ihr zahlreich mitgemacht habt und uns zahlreich unterstützt freut uns sehr und ich hoffe ihr macht auch bei den weiteren gewinnspielen fleißig mit natürlich später wieder denkt man das später ist kommt das neue gewinnspiel wieder mit neuen sachen von anderen ausstellern wie xmg orcs must die und lms studios 71 war echt cool also von daher schaut doch rein lasst einen daumen kommentar wenn es euch gefallen hat und dann sehen wir uns bis später bis dann und ciao bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann Untertitelung des ZDF, 2020